Wir sind alle hier geboren, die meisten, die in Asyl gehen. Und es ist nicht leicht, wenn du jetzt deine Familie hier lässt, viele von uns haben auch ältere Eltern, weißt du. Es ist nicht eine leichte Entscheidung, das ist das Erste. Und das Zweite, wenn man Probleme hat von einem Platz, weißt du, wenn man sich nicht gut fühlt, dann sucht man halt was Besseres. Und wenn man es findet und wenn du wieder zurückkommst, dann willst du wieder dort gehen, weißt du, wo du dich besser fühlst. Wir sind in Wranjow-Stadtviertel, heißt Borja-Stadtviertel. Hier gibt es eigentlich viele Rumas in diesem Stadtviertel. Es gibt noch ein paar Stadtviertel in Wranjow, da wurden Rumalien, aber das ist das Krustel. Es gibt noch drei oder vier. Wir sind im Wranjow-Stadtviertel. Aber das ist nichts. Nach 90 Minuten nach dem Land, man sieht, ob es ein Röntgen gibt, ob es ein Röntgen kommt. Als man sich sieht, die Röntgen, die Mutter, die sich aus dir suchen, die Röntgen und die Röntgen kommen, wie sie sich mit dir verletzen. Man muss sich das Gefühl haben, wenn man einen Röntgen will, oder die Röntgen werden, oder sie werden sich auch mit dem Röntgen. und schreitig, und schreitig. Wir können nicht mehr, wenn man sich nicht mehr behebt, wenn man sich nicht mehr behebt, wird es besser sein, denn man kann man einen anderen Weg mehr bekommen. Wie viel es hier nicht mehr ansehen, geht es der Mutter und der Sonne. Er ist auf die Seite und er ist der Nelimmung. Er sagt, dass er ein Kind, das Kind, das ist ein Kind, ich werde jetzt um ihn zu Hause gehen. Also, die Kinder, die erst mal ein Kind auswählen, wie ich euch erzähle, wie wir uns nicht mehr beheben. Das ist ein Schutzeichen von mir. Das ist ein Schutzeichen. Für sie ist es ganz schlimm. Ganz schrecklich ist das. Soll sich mal jeder in diese Lage versetzen. Uns ging es doch nicht anders. Wir würden doch auch irgendwo hingehen. Wenn wir hier nicht leben könnten. Ich hoffe, dass sie Glück haben. Und hier bleiben können. Von ganzem Herzen wünsche ich es Ihnen. Jetzt wieder gehen wir mit dem Uradima. Ich habe hier nur per Fax kurz vor dem Termin das Material bekommen. Das war vorgestern. Vor drei Tagen. Dass ich hier den Termin wahrnehmen soll. Ich hatte nur die Klageschrift. Und ich wusste, dass es hier um einen Asylfolgeantrag geht. Meine Aufgabe war es ja heute nur den Termin wahrzunehmen. Und auf der Basis der Informationen, die mir zugänglich waren. Ja, das war. Ja, das war. Ja, das war. Das war für diese Tiere. Das war die Die Auskunftslage ist eigentlich überwiegend dahingehend, dass strukturell die betreffenden Personen nicht schutzlos gestellt sind. Im Einzelfall kann es vorkommen, dass zum Beispiel in der Provinz die Polizei nicht ausreichend eingreift. Das ist auch feststellbar, aber es gibt kein strukturelles Problem bei der Polizei in Serbien. So dass also generell diese mittelbare Verfolgungssituation, also dass durch private Übergriffe möglicherweise eine Verfolgungssituation festzustellen ist, der Staat duldet, das wird man so nicht sagen können für Serbien. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Für mich stehen alle die Politiker, die in Deutschland diesem Gesetz zugestimmt haben, das jetzt Serbien, Bosnien und Mazedonien zu sicheren Drittstaaten erklärt. Für mich stehen alle diese Politiker nicht mehr auf dem Boden des Deutschen Grundgesetzes. Für mich waren die Leute, die in der Polizei verabschieden, die in der Polizei ausreichend waren. Die Frau in 2014 sind dann geflogen, dann haben sie sie zurückgebracht und in der Polizei das Regierung. Dann haben wir uns das überzeugt, um das besser für uns zu können, dass wir nichts machen können, denn sie sind die Leute in der Polizei. Und sie sagen, dass es das nicht so schlecht ist, und da ist das nicht so schlecht ist, weil sie sich darum gehen. Wir sind hier für die Sörbischen. Aber ich bin nicht Sörbischer. Ich bin in Sörbischer. Ich bin in Sörbischer. Ich bin in Sörbischer. Ich bin in Sörbischer. Hier bin ich Sörbischer. Ich bin in Sörbischer. Ich bin in Sörbischer. Ich bin in Sörbischer. Ich bin in Sörbischer. Dann wurde wir Menschen ohne Sörbischen. Dann stimmte wir uns da haben wir uns. Die Diskussion ist es zu sein, und sie sich um das zu erreich. dass man sich das, dass man sich das, dass man sich die Volk für eine Art des Wolle ist. Und dann, das ist, ob es zu sein, ob es zu sein, oder ob es zu sein, oder ob es zu sein, ob es zu sein. Was ist das? Das ist es wichtig. Ich bin ich, dass es die Leute wissen, dass es die Leute auslöschen. Die Leute haben ihre Probleme. Ich bin ich, wenn ich andere Leute auslöschen, einen Mann, sollte ich 24-haut sein, um sie zu sehen. Ich bin ich, wie ich, dass sie sich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wie sie zu sehen, wie sie in der Nase sind. Vielleicht würden die Leute reagieren, vielleicht würden die Leute denken und die Deutschen, aber auch die Russen. Das war's für heute. Vielen Dank. Wir machen wir aber sein! Ich glaube, ich bin der Vergangenheit! Ich bin auf Deutsch, die Leute zu sehen! Un d'un, ein Sign. Ich bin der diese Person! Ich bin der auch einen Mann, das ich mich nicht convince. Ich füte mich, das Eltern. Da li mrchsnju da schirim, ma sve će biti okay. und ich muss mich langsam schmerzen. Und wir sehen uns, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir die Möglichkeit haben.